Hallo YouTube, hier ist euer TheDayWalker246 2021. Ja, ist einiges wahr geworden, auch dass die erste Serie, die ich ja produziert habe, teilweise jetzt mit der aktuellen Geschichte beendet ist. Natürlich, wenn neuer Content kommt, kommt auch was Neues dazu. Die zweite Serie hat angefangen, na gut, mein Geburtstagstream, den ich geplant hatte, kam ja nicht. Aus katzentechnischen Gründen, ich habe die ganze Zeit mit der Cati verbracht. Auf jeden Fall, 2021 ist jetzt Geschichte, 2022 fängt an, mit neuen Themen, auch für die Federal Network Serien. Wie auch, wie ihr seht, wird auch eine neue Serie kommen. Wir sind hier gerade an einer Location auf einem GTA 5 Replay Server. Sobald der Release, bekommt ihr auch die Notifikation dazu. Also, ich sag nochmal ganz kurz, in kurzen Worten, frohes neues Jahr und wir sehen uns 2022. Feiert schön und bleibt gesund.